Hallo Leute, willkommen zurück bei Stranded Deep. Wir werden wieder Kurs auf diese Insel dort drüben nehmen. 310 Grad habe ich hier zu vermelden. Und ich habe auch zu vermelden, meine lieben Freunde, dass es eine neue Version gab. Version 002 ist released worden. Ich weiß nicht, ob wir es hier... Genau hier, Alpha Version 002. Und es gab wieder einige Neuerungen an dem System. Man soll angeblich aber diesmal kein neues Spiel starten müssen. Das einzige, um neuen Content zu haben, was man machen muss, ist quasi neue Biome generieren. Also auf Deutsch, fahr so weit raus, bis du neue Inseln spawnen. Und es gibt wirklich eine ganze Menge an Neuerungen. Wer die Neuerungen jetzt gerne schon sehen möchte, der kann sich natürlich gerne informieren. Wer sich überraschen lassen möchte, der kann gerne das Let's Play einfach weiterschauen. Ich werde euch auf jeden Fall nichts spoilern. War das da vorne ein Hai oder habe ich dort ein Schiffswrack gesehen? Hallo? Dann war es wohl ein Hai, wenn das jetzt auf einmal weg ist. Es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge auch an neuer Seekreaturen. So viel sei schon mal gespoilert. Ähm, ansonsten, lasst euch aber überraschen. Warte mal, was war noch? Irgendwas war noch neu. Aber hier scheinbar nichts. Okay, 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 okay. Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Warte, in der Uhr wurde irgendwas neu gemacht, ne? Ah, genau. Warte, warte, warte. Stimmt. Die Temperatur kann man in den Optionen jetzt auf Celsius stellen. So, das ist auf jeden Fall schon mal cool. Und, äh, ja, Sprache geht natürlich noch nicht. Dann können wir hier auf Apply. Und wenn ich jetzt auf die Uhr schaue... Aha, 25,7 Grad. Das ist, äh, das ist eine schöne Temperatur. Da lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Hab ich? Hab ich gerade nur das Gefühl, oder ist das Spiel jetzt gerade mega leise geworden? Warte mal. Audio. Ich hab jetzt... Ich hab das Gefühl, das ist mega leise jetzt auf einmal. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Hä? Oh, irgendwie hängt jetzt mein... Meine Paddel-Animation hängt jetzt irgendwie ein bisschen. Ne, aber irgendwie... Warte mal. Ich dreh's nochmal auf ganz hoch. Apply. Oder sie haben die Paddel-Animation einfach leiser gemacht. Warte mal. Ja, das ist laut. Ich glaube, sie haben das Paddeln ein bisschen leiser gestellt. So, was haben wir denn hier vorne? Ist das direkt ein Hai? Oder ist das direkt ein Schiffswrack? Es ist ein Schiffswrack. Allerdings... Werde ich mir das einfach mal markieren. Weil in der Dunkelheit steige ich nicht ins Wasser. Das ist mir zu heftig. Wir haben ja schon mal gesehen, wie schnell man dann sterben kann. Und wenn man da nicht aufpasst. So, wir sind auf der Insel angekommen. Wie sieht's eigentlich mit Hunger aus? Hab ich nur das Gefühl, oder ist die... Uh, jetzt auch näher dran. Hält er die näher? 23 Tage haben wir jetzt schon überlebt, Leute. Und es wird langsam ein bisschen kühler. Finde ich cool, dass sie das jetzt so implementiert haben. Dass das wirklich... sich auch ändert. Äh, jo. Also hier sollte irgendwo ein Wrack sein. Von da sind wir irgendwo gekommen. Deswegen... Komm mal her, Stick. Stell dich hier so hin. So, ich meine, von da sind wir irgendwo gekommen. Warte mal, der Kompass. Also das da drüben ist auf jeden Fall die Insel, von der wir gekommen sind. Und von da bin ich dann irgendwo gekommen. Äh, lass uns mal schauen, ob wir hier... Da ist ein Hai, oder ist das... Warte mal, die Jucca. Ich hab das Gefühl, die Umgebungsgeräusche sind leiser. Als vorher. Kann mich da jetzt auch täuschen. Also da hinten ist ein Schiffswrack auf jeden Fall. Da drin, äh, täusche ich mich auf jeden Fall nicht. Hab ich hier irgendwo mal einen Stein? Wird ja irgendwo mal einen Stein geben. Hallöchen! Keine Steine hier. Ich hab hier ne Mal... Oh, da ist auch noch ein Schiffswrack. Und hier auch. Ne Toolbox. Mit ner Axt! Juhu! Sauber. Können wir mitnehmen. So, hier ist ein Stein schon mal. So. Das ist gar nicht so weit vom Ufer weg eigentlich. Legen wir den Stein mal hier hin. Und jetzt brauche ich nur noch nen Stock. Ja, ist es denn die Möglichkeit, dass ich hier keinen Stock finde auf dieser jämmerlichen Insel? Ach, Mensch. Hier auch nicht. Ja, ich find's auf jeden Fall super, dass, äh, die Entwickler hier noch schön schnell die Dingens nachliefern, die Patches. Wir hatten ja erst letztens den Alpha 001 Patch, der sehr viele Bugs behoben hat. Und die Wale als neue Kreatur reingepatcht hat. Und ich weiß gar nicht, ob die weißen Haie schon immer drin waren. Und, äh, ja, in diesem Update gab's auch wieder einige Kreaturen, ey. Ihr werdet überrascht sein, wenn wir die mal irgendwann aufspüren. Und, äh, das wird auf jeden Fall lustig. Freue mich schon drauf, wenn wir die mal finden. So, du gehst weiter rüber. So, da hinten habe ich noch was gesehen. Ist es ein Schiffswrack oder ist es... Es ist ein Schiffswrack auch. Okay, noch ein Schiffswrack. Umso besser. Umso besser. Jetzt muss ich nur mal schauen. Jetzt brauche ich einen Stein. Und einen verdammten Stick. Oh, was ist denn das hier für eine Insel? Keine Sticks, ey. Hier ist schon mal ein Stein. Ah, da war so ein Stick. Scheiße. Der Stein ist gerade zerbrochen. Ich muss gar nicht, dass es geht. So, den Stick habe ich da vorne schon mal hingeworfen. Ja, also, ihr habt gesehen, äh, wie man Steine noch zerstören kann. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Das könnte gefährlich enden, wenn dann später in euer Auge geht. Da möchte ich bitte nicht für haftbar gemacht werden. So, den schmeißen wir dann mal locker hier. Und zack. Nicht zu doll schmeißen. Wir haben ja gerade gesehen, was dann passieren kann. So, komm mal her. Wir legen erstmal den Stock hier einfach hin. Und dann holen wir den Stein. Weiß nicht, ob der Stock auch kaputt gehen kann, wenn man den zu doll schmeißt. Vorstellen kann ich es mir eigentlich nicht. So, das bedeutet, wir haben hier drei Boote. Vier Boote, die wir noch, ähm, uns mal anschauen können. Nee, die muss noch rüber. Ja, so schon eher. Okay, so sieht das gut aus. Dann sollten wir eine Palme fällen. Die hier müsste reichen. Und dann wird mal eben schnell ein Bettchen hergestellt. Damit es wieder ein bisschen heller ist, wenn wir hier, wenn wir hier unsere Dingens klar machen. So, wo war meine Yuka? Hm, hier war die Yuka. Okay. So, dass wir ein Bett machen können. Und dann muss der Ast hier noch zerhackt werden. Hallo, Baum. Ey, bleib hier. Hallo. Brauch dich hier. Brauch die Ressourcen. Ach, guck mal. Oh shit, habe ich jetzt gerade mir eine Markierung kaputt gemacht? Das wäre ziemlich doof. Lass mich mal gleich ins Wasser schauen. Nee, da ist nur das. Okay, ich dachte gerade, weil hier so ein Stein liegt. Genau. Dass ich mir hier eine Markierung hingesetzt hätte. Das wäre mal wieder, ja, sehr intelligent gewesen, ne? Muss man ja schon so sagen. Komm schon, zack. Der Baum ist auch kaputt. Bin schon mal überlegen, ob ich heute noch eine zweite Folge Stranded Deep rauskloppe. Ähm, wir können ja einfach mal so machen, Leute. Ihr kloppt den Daumen nach oben. Und wenn wir richtig schön viele Likes zusammenbekommen, dann werde ich noch eine zweite Folge Stranded Deep hochladen heute. Damit wir vielleicht nochmal ein paar Neuerungen der neuen Version hier direkt heute zu Gesicht bekommen. Ich will euch ja nicht zu lange warten lassen. Ihr sollt ja auch hier mitbekommen, oh shit, das war jetzt nicht so klug, das im Dunkeln wegzuwerfen, wa? Also hier lag die Yuka, dann habe ich sie hier hochgeworfen. Die müsste hier, müsste hier irgendwo liegen. Scheiß, die Vanillen. Hier liegen nur drei, oder? Nee, ich kann doch kein Bett machen. Oh fuck. Warte mal, können wir anders machen, aber. Wenn ich den Stick jetzt hier so hinlege. Und den so ziehe. Habe ich die da mit hin, die Lashings? Ja, hat geklappt. Okay. Ah, man kann ein... Ah, geil, Leute, man kann das Bett jetzt tragen, wie man möchte. Dann kann man das auch endlich in seine Wohnung tun, wahrscheinlich. Das ist mal pornös. Richtig gute Idee gewesen. Das haben die Entwickler super gemacht. Das ist wirklich eine richtig geile Neuerung. Das finde ich cool. Sowas Simples, aber es bringt einfach so enorm viel, weil du dir jetzt halt keine Sorgen mehr machen musst. Es war vorher ein bisschen blöde. Du hast halt irgendwie dir Gedanken gemacht, wie du das hinkriegst mit einer... Nee, so kriege ich das nicht kaputt, glaube ich. Du hast dir Gedanken gemacht, so, wieso kann das Bett denn nicht da oben rein? Und jetzt kannst du es einfach in die Hand nehmen und kannst es nach oben tragen. Wie cool ist das, bitteschön? So, hier nochmal ein paar Potatoes. So, die werden auch nochmal gegessen. Hey, scheiße. Ich musste kotzen. Wie? Es ist schon... Also, entweder lag das jetzt an mir. Oder die Zeit ist mega schnell heute rumgegangen in der Nacht. Vielleicht haben die die Nacht ein bisschen angepasst, dass sie schneller umgeht, Leute. Ich weiß es nicht. Oder kam das jetzt nur mir so vor? Kam euch die Nacht auch so kurz vor? Oder, äh... Oder liegt das an mir? Das würde mich mal wirklich sehr interessieren. Das ist so, wir nehmen auf jeden Fall schon mal den Kanister hier mit hin. Und dann würde ich sagen, Leute, lasst uns die ganzen Wracks, die hier um die Insel herum noch alle so sind, mal eben ein bisschen unter die Lupe nehmen. Also, der erste Wrack war quasi hier vorne. Die haben die den Sound leiser gemacht vom Boot. Auf jeden Fall. Oh, da ist ein Hai. Müssen wir mal eben schauen. Da ist er. Der dreckige Sack versteckt sich hier unter meinem Boot. Wo ist er? Keine Ahnung. Ich paddel mal eben hier ein bisschen weiter raus. Also, hier sollte irgendwo doch jetzt gleich schon das Boot sein. Alter. Komm schon. Hey, das war ein neuer Shark. Das ist ein neuer. Das ist ein neuer. Habt ihr den Namen gesehen? Riff Shark oder so. Black. Schwarzer Riff Shark. Oder irgendwie so. Schwarzer Riff Hai. Haben wir doch nochmal die erste neue Kreatur. Also, ist das hier schon ein neues Biom? Da ist ein Stachelrochen. Da ist ein Stachelrochen, Leute. Habt ihr ihn gesehen? Wo ist er hin? Oh, sah der cool aus. Jetzt wird's neblig. Ich möchte den Stachelrochen bitte nochmal sehen. Ich frage mich, ob die auch aggressiv werden. Oh, wir haben die ersten neun Kreaturen gesehen. Da unten ist der Hai übrigens immer noch. Wow, ich kann ja... Das ist doch nicht der Hai, oder? Der sieht so klein aus. Ist es hier schon so tief? Ich finde das Boot mal wieder nicht übrigens. Typische Grants-Krankheit. Mal wieder. Ein Stachelrochen haben wir jetzt schon gesehen. Von hier bin ich doch nicht gekommen. Shit. Ah, das war auch nur so ein kleines Boot. Da erinnere ich mich noch dran. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich das nicht mehr wiederfinde. Was ist da vorne? Ne. Das ist nicht so wild, wenn ich das jetzt nicht wiederfinde. Ich glaube, da war eh nur eine Toolbox drin. Und wir sind ja eigentlich hier, weil wir den letzten verbliebenen Motor finden möchten. Der Sound ist so leise jetzt, wenn man paddelt. Das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Da ist der Stachelrochen! Da ist er! Komm schon. Ich will ihn mir einmal anschauen aus der Nähe. Da ist er. Oh, wie cool. Wie cool, Leute. Direkt in der ersten Folge haben wir heute den Stachelrochen gesehen und diesen schwarzen Riffhai. Ich glaube, schwarzer Riffhai hieß der. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich habe es nicht so ganz in Erinnerung. Also von da, ja. Das Boot habe ich leider nicht wiedergefunden. Wir haben ja noch drei Boote, die wir hier markiert hatten. Schauen wir mal, ob wir eins von denen zumindest wiederfinden. Oh, ist das cool. Das heißt, hier könnten schon die ganzen die ganzen anderen Kreaturen auch spawnen, die es so gibt. Und auch neue neue Sachen. Es gibt ein paar neue Items, wo ich natürlich auch noch nichts verraten werde. Sind aber wohl erstmal nur so Platzhalter, soweit ich das gelesen habe. Da ist das nächste Schiff, Leute. Oh, ich liebe das Wasser. Das ist so schön, wenn es so neblig wird. Also, wir nehmen den Air Tank in die Hand und dann würde ich sagen, gib ihm, ne? In dieses wunderschöne Wasser hinunter. Hardcase, die Flippers, die haben wir ja schon zehnmal. Die können wir nicht nochmal anziehen, okay? Dafür können wir zehn Taucherbrillen tragen. Ein Engine. Ein Eimer. Ein Kompass, den nehmen wir wieder mit. Und noch ein Engine. Warum sind hier so viele Motoren? Immer die ganze Scheiße, die kein Mensch mehr braucht. Oh, oh, oh. Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich hier an dieser Leiter. Siehst du diese Leiter, Junge? Kannst du bitte... Danke. Dachte schon, der jammert hier. Hey, 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 hey. Mein lieber Herr Tiger. Hey! Hier, nicht mein Bodanrempel da. Pass mal auf, was du machst, ey. Pass mal auf, mit wem du dich hier anlegst, ey. Grants is in the house. Grants is in the building. War das jetzt ein T-Shirt? Was willst du von mir? Komm schon, jetzt können wir ihn hauen. Boah, der will mich hier raus hauen. Hey, hey, hey. Komm schon, hau ihn. Wieso? Jetzt. Der will... Du Sau, Sau! Der hat mich aus meinem Boot geschmissen. Ah, ich muss... Ich muss ins Boot. Oh Gott. Oh Gott. Leute, das hat der getan. Scheiße, die Haie sind intelligent geworden. Du. Alter. Ich paddel in Richtung Land. Habt ihr das gesehen? Der wollte mich umbringen. Der wollte mich umbringen. Das war ein Anschlag. Ey, das könnt ihr mir nicht erzählen. Das haben die doch vorher nicht gemacht. Also entweder hatte ich vorher einfach nur Lack oder ich hatte jetzt Pech oder keine Ahnung. Ich hab die Büchse gestrichen voll gerade, ey. Boah, das war zu viel für mich. Erstmal eine Melone essen. Aber Leute. Ich mach an dieser Stelle jetzt auch erstmal einen Cut für heute. Ach, du heiliger Codenascher, kann man da nur sagen, ey. Ich bin wirklich sehr gespannt, was dieses Update noch alles für uns bereithalten wird. Und ich hoffe, ihr habt euch genauso über dieses Update gefreut wie ich, meine lieben Freunde. Also, vergesst nicht, den Daumen nach oben zu kloppen, falls ihr noch eine weitere Runde von Stranded Deep heute sehen wollt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da sagt, hey, Grants, noch eine zweite Folge. Das wäre ja mal richtig Hashtag Pornös. Und in diesem Sinne freue ich mich auf jeden Fall auf eure Bewertungen, auf eure Kommentare. Und ich sag einfach mal, weil ich an euch glaube, wir sehen uns heute im zweiten Part von Stranded Deep. Bis später.